Ja? Braucht ihr Julia Hilfe? Hier ist der Peter. Der Peter ist zu Besuch hier. Da gehts in eines der Kinderzimmer. Ich hab noch nicht gehalten, aber ich muss auf Toilette. Ok, dann geh auf Toilette. Ich filme dich nicht. Aber das geht Peter, der soll draußen sein. Ok. Peter, du musst raus, ok? I'm out.